hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von finanzdiva.de dieses mal stellen jens und ich euch ein paar coole aktien vor die wir nicht nur börsenspiel von aktienlust tv mit rein genommen haben ins spieldepot sondern auch privat teilweise im depot haben aber zunächst der disclaimer ja wir machen hier bei finanzdiva.de keine kauf und verkauf empfehlungen das hier ist keine anlageberatung sondern wir äußern hier zwei meinungen katjas und meine meinung die manchmal ein wenig abweicht aber wie gesagt was ihr aus dieser meinung macht das ist zu 100 prozent euer eigenes risiko die risiken der produkte die hier vorschlagen führen bis zum totalausfall eures geld ist im schlimmsten fall wir haben die information die wir jetzt preisgeben sorgfältig recherchiert aber es gibt keine gewähr auf die richtigkeit von dem was wir hier sagen und für eventuell entstehende vermögensschäden können wir keine haftung übernehmen dafür bereichern wir uns aber auch nicht an eurem erfolg und jetzt hat ja leg los du hast die erste aktie für uns wir waren ja vor zwei wochen auf platz eins jens und ich im börsenspiel und das dank der unter anderem axon enterprise das ist eine große firma in den usa die leider noch nicht in den schwarzen zahlen ist aber positiv free cash flow verzeichnet die firma wächst enorm die regierungsnachfrage steigt aufgrund der proteste und unruhen nicht nur in den usa sondern auch in tunesien und in europa wächst die angst der regierungen dass die leute aufgrund auch der corona regulierungen unruhig werden und frustriert sind und auf die straße gehen könnten das heißt polizeistationen decken sich ein mit waffen mit kameras mit verschiedenen dingen die sie quasi benötigen falls wirklich proteste in in enormen ausmaß auftreten sollten und das coole an axon enterprise ist dass sie menschliche waffen anbieten das heißt die nicht tödlich sind ihr kennt ja sicherlich die tasers diese mit stromschlägen war es ist nicht menschlich aber sie sind nicht tödlich man überlebt es auf jeden fall und die haben auch die videokamera systeme für die polizeistation hergestellt die konkurrenz von axon war immer in vergangenheit groß wie zum beispiel die digital alley oder auch eine gopro firma das problem ist aber das hardware quasi einfach herzustellen ist aber die software lösung hat jetzt axon und hat sich da auf die vorreiterrolle eingeschossen das heißt die konkurrenz hat sie abgehangen und das sehen wir auch am aktienkurs wir haben in den letzten fünf jahren 700 prozent marke geknackt die firma geht einfach steil meine prognose sie ist was für bei hold sie hat mir im depot einen ordentlichen gewinn beschert ich habe sie verkauft leider viel zu früh bei 135 euro jetzt ärgere ich mich schon wieder weil ich denke mann war ich ungeduldig aktuell rüstet die firma axon die die a drug enforcement administration behörde aus und wenn die zufrieden sind dann empfehlen die natürlich anderen polizeistationen die software weiter es geht darum dass axon ein portal besitzt das heißt evidence und in evidence kannst du quasi deine kameraaufnahmen live streams direkt in das portal einspeisen der polizist kann quasi das seiner behörde schicken die kann das teilen mit anderen mit gerichten und so weiter und das heißt die sparen zeit sie brauchen weniger papier die bürokratie sinkt und der digitale fortschritt auch in den behörden ist jetzt angekommen dank axon wird das ermöglicht ich bin gespannt wie es weitergeht sie hosten auch im cloud bereich es wird weniger papier kram geben in zukunft wenn jemand knöllchen kriegt und ihr müsst auch keine angst mehr haben dass ein polizist vielleicht eine waffe rausholt denn die tasers ja vielleicht tut es mal kurz weh aber sie bringen einen nicht um und damit finde ich das ist eine bessere lösung als jetzt ein waffen hersteller also ich denke die polizisten sind harsch in die kritik geraten in der vergangenheit mit black life matters wo auch leute getötet wurden und ich denke dass waffen die nicht töten das bessere investment sind ich kann aber nur jedem davon abraten sich mit einem amerikanischen polizisten anzulegen warum auch immer denn so ein taser mag vielleicht nicht tödlich sein obwohl es auch schon todesfälle mit taser gab wurde berichtet ja leute die schwachen herzen sind und ein herzschutzmacher haben sollten den taser grundsätzlich nicht innerlich anwenden aber ich glaube so mehrere tausend voltchen körper gejagt werden es gibt vergnügens steuerpflichtige angelegenheiten als ein taser angriff aber du hast schon recht es ist eine feine sache die polizei mit sowas ausstatten als schusswaffengebrauch also die wunden sind hinter wesentlich kleiner zwei kleine ein brandlöcher kann man sagen bleiben übrig blenden wir nun die nächste aktie ein die jens auch im börsenspiel und auch im eigenen depot hat da bin ich schon gespannt das ist die firma gag ich weiß gar nicht wie man die ausspricht was gag steht ist es ein gag von gag weil es eine abkürzung ist aber wang zu automobil und ich bin sicher dass alle muttersprachlichen chinesen sich im grab rumdrehen oder am stuhl rumdrehen wenn sie noch leben wenn ich das wort so sage also ich habe wirklich keine ahnung was ausspricht da muss ich ein bisschen ausholen ich habe mal als kleiner junge ein buch gelesen das hieß der wettflug der nationen und da ging es darum dass ein flugzeug gebaut wurde das leichter ist als luft und schwerer also härter als stahl also ein flugzeug das von selber fliegt und unzerstörbar ist und das war natürlich ein science fiction material und um dieses material geht es tatsächlich es geht um die erfindung des graphen eine entdeckung aus dem jahr 2005 das ist eine schicht aus kohlenstoffatomen die quasi eben angeordnet sind also ein einatomare schicht sehr sehr dünn wenn man mit dem bleistift schreibt erzeugt man seine schicht aber die ist mehrere mikrometer dick graphen schichten sind im bereich fruchteile von nanometer also noch noch mal im faktor millionen kleiner und dieses material ist tatsächlich quasi ohne gewicht und das ist unsichtbar denn es ist eine so dünne schicht man kann den durchgucken also ich habe hier eine schicht graphen man kann sie wenn es eine wäre ja man könnte sie nicht sehen aus dem material kann man sehr viele dinge zaubern denn dieses material ist quasi supra leitend also wenn ich eine zum beispiel einen chip daraus baue einen mikrochip für den pc dann kann der ströme verlustverlustfrei leiten damit wären chips möglich die theoretisch noch mal die tausendfache taxfrequenz hätten also alleine im elektronik bereich unendliche möglichkeiten dieses material hat eine zugfestigkeit auf breiter länge von 42 newton obwohl es quasi nicht vorhanden ist ich kann daraus also zum beispiel einen weltraum lift bauen das geht immer darum was material könnte bis ins weltall reichen graphen wäre so material es ist also rissfest es ist härter ist als stahl ausgewalzt und es hat kein gewicht und vor allem es wird aus kohlenstoff gewonnen und kohlenstoff ist ja das billigste was wir haben auf der welt ein hundehaufen besteht aus kohlenstoff ja diamant auch aber man legt sich nun da auf normalerweise nicht in tresor aber bei aber man könnte daraus milliarden von diamanten machen milliarden von karat quasi also kohlenstoff ist ein sehr wandelbares element und graphen zu erzeugen würde bedeuten dass man die kohlenstoffatome einzeln anordnet in den perfekten strukturen deswegen ist das zeug auch noch so heiß zu haben supra leitend heißt es entstehen keine wärmeverluste beim laden also ein akku mit graphen bestückt quasi würde sie nicht erwärmen beim laden und damit kann man mit einem beliebig hohen strom reingehen und da kommen wir zum elektroauto beziehungsweise zum handy akku samsung hat gesagt sie könnten das material eventuell herstellen in geringen mengen und damit handy akkus in zukunft ausstatten und damit könnte man den handy akku also innerhalb von wenigen minuten laden wäre ein nettes gadget aber normalerweise liegt mein handy immer neben mir am bett wenn ich schlafe und lädt sich dann auf also so gewinnbringend wäre das nicht aber gag automobiles behauptet jetzt einen akku zu haben mit dem man ein elektroauto aufladen kann innerhalb von zehn minuten auf volle kapazität und ich meine ob ich jetzt drei minuten tanke oder zehn minuten tanke das bekomme ich unter das wäre also tatsächlich die möglichkeit künftig elektroautos quasi näher das wäre der durchbruch selektroautos wir hätten wieder normale tankstellen oder normale ladepunkte an dem mit 600 k also auto belädt innerhalb von wenigen minuten auf eine hohe reise kapazität kommt das wäre der durchbruch diese akkus sind auch unglaublich leicht also ich habe noch kein faktor gehört aber faktor fünf faktor sechs leichter als normale akkus das wäre auch der durchbruch für die fliegerei damit könnte man tatsächlich ein airbus ausstatten der über der plantik kommt mit einer ladung also das wäre auch der durchbruch das ende der flugscham keine kondensstreifen mehr wenn es denn stimmt denn warum sollte die welt noch forschen und gag schon produzieren also es ist ein ich sag mal so die nehmen den mund schon sehr voll mit ihrem super akku wenn es gag schaffen sollte die achse steht es bei einem euro dann sehe ich da ein potenzial da will ich gar nicht dran glauben also dass man würde sich auf anhieb an die spitze der e-mobilität setzen und den akku die dieses material würde ihnen aus den händen gerissen werden also da ist kein tenbecker drin sondern da sage ich da ist ein was ist ein doppelter tenbecker ein zwiebäcker oder ein zwieback oder das also das ist da will ich gar nicht dran denken was mit dem kurs passiert wenn das eine lüge sein sollte was ja auch durchaus oder zumindest eine schamlose betreibung und nächste woche steht in der bild zeitung drin alles lüge es gibt kein kaffee in akku dann haben wir mit einem gag zumindest ein unternehmen das gar nicht so schlecht im markt ist ungefähr der halbe umsatz von daimler und kgv so von acht bis sieben in den nächsten jahren eine dividendenrendite von dreieinhalb prozent und die wird letzten jahren um 15 prozent pro jahr gesteigert also auch für dividendenanleger ein nettes papier hohe schulden fünf mal ebit verschuldet geht gerade den weg vom verbrenner zum e-mobilitätsauto also das gibt glaube ich den ersten wagen von gac der e-mobilität ist von daher wundert es mich so dass ausgerechnet dieses Unternehmen scheinbar den stein der weisen gefunden hat oder die rose von rosetta oder sowas auch herr der ringe unsichtbar werden mit einem ring aus aus grafen wäre jetzt plötzlich eine ganz neue story in der grafenhaube oder sowas also was das material noch mit sich bringt werden nächsten 50 60 jahren erleben aber ob gac wirklich die ersten sind ich bin eingestiegen weil ich die wette heiß finde ich habe auch das börsenspiel mal daraufhin ausgerichtet jetzt schauen was passiert das war wenn es schief geht haben wir eine nette aktie im depot katja ich werde ja immer gefragt wo ich meine aktien ausgrabe und teilweise frage ich mich das selbst ist oft zufälle wenn ich google recherchiere und irgendwelche stichwörter eingeben finde ich oft aktien mich würde mal interessieren wie hast du die firma gefunden ja das war ganz also erstens grafen flasht mich schon seit jahren ich lege immer wieder abhandlungen darüber was möglich wäre mit dem material und vorgestern saß ich bei einer tasse kaffee am frühstückstisch und habe mich fast verschluckt als auf ntv die firma gac automobile gesagt hat wir haben wir bauen dieses jahr noch dieses jahr noch im jahr 2021 september soll das erste grafen akku auto auf den markt kommen ich habe jetzt den namen vergessen es ist ein suv schaut ganz nett aus angeblich 57 kilometer reichweite mit einer einzigen stromfüllung das auto baut auch die firma das auto baut die firma ja aber die tankstellen fotos gesehen sind das schöne autos ich blende es gerne hier im video ein ja es hat so ein bisschen die autos hatten bis vor kurzem den typischen chinesischen charme also sprich brotkasten und vier räder neuerdings würde ich sagen man schaut sich bei der konkurrenz in fernen ost in japan um und macht ein bisschen den nissan style nach also kreative auto kreationen sind es nicht kein citroen oder so dass der immer mit neuen optischen styles daher kommt sondern solide hausmannskost da habe ich was die chinesische großfamilie gerne in der garage hat ist das auto die sind gar nicht so viel wert drauf legen wie es aussieht also in vielen emerging markets sind die leute zufrieden wenn sie ein auto haben was günstig ist was fährt und zuverlässig ist du kommst in china nur rein mit premium also mit der wirklich noblen s kasse karosse oder mit der ganz preiswerten hausse für den breiten arbeiter ansonsten haben deutsche automobil also der golf in china ist so eine sache das läuft vielleicht auch im hintergrund aber normalerweise zahlen der ab mit premium und eben die chinesischen eigenlieferanten wie eine byd eine geely und eben eine die ac great wall also die haben ihre eigenen marken die da gut vertreten sind und da haben wir eigentlich da kommen wir am besten rein über kooperationen aber wie gesagt also die gac hätte theoretisch mit dieser batterie die möglichkeit tesla vom thron zu stoßen und zudem ist diese firma ja auch nicht profitabel bis auf die hohen schulden abgesehen mal ist das ist eine firma die gut im futter steht und schön im markt positioniert ist also die ac automobile wäre auch ohne den akku reise wert aber mit dem akku ist natürlich eine ziemlich heiße wette also viel potenzial mit überschaubarem risiko sage ich mal so den artikel kann man nachlesen auf ntv auf automotorsport in der autobild überall war der artikel drin also grafen akku eingeben und gac dazu und schon wird mit artikeln geflutet und gespannt aber es ist eben so während in während in villa rieber noch geforscht wird wird in gag city schon gefertigt also das ist die botschaft höre ich wohl allein mir fehlt der glaube hätte goethe gesagt wenn er das liest aber auch ehrlich gesagt noch etwas skeptisch ich bin wirklich skeptisch weil ich auch denke das klingt so nach 50 50 pokern obwohl ich gerne risiko eingehe aber ich schaue mir das ding noch mal genauer an vielleicht hole ich mir ein paar aktien rein für 4500 euro und behalte die mal im auge die kostet ja nichts das ist ja unter einem euro das ist ein penny stock ein schnäppchen ja genau die gibt es ja zum zum preis von der packung hin werden quasi eine aktie ja genau die wunsch aktie ist jetzt dabei die artos software die sitzt in münchen wurde gegründet vor ein paar jahren 1987 und der gründer andreas obereder von dem hört man nichts und sieht man nichts im internet und das macht mich immer das langweilt mich immer weil ich doch immer so interessiert bin was macht er sich auch wie sieht er aus wie alt ist das aber so mit wem ist er vernetzt weil da finde ich neue investment ideen und auf weiß wo die reise hingeht sieht so aus als wäre ziemlich reich geworden mit seinem laden und er hat sich schon zur ruhe gesetzt oder ist im hintergrund irgendwo aktiv aber was gut ist er hat viele eigene aktien der eigenkapital anteil der ist jetzt naja unter 50 prozent circa 43 prozent aber hohe eigenkapital rendite positive free cash flow schulden fast nicht existent unter 20 millionen cash ohne ende über 30 millionen das heißt es ist eigentlich eine cash cow was macht die firma sie macht software für personal abteilungen die versuchen die die personalbestände zu optimieren also auch die lohnabrechnung und den einsatzplan und was weiß ich die firma berät nicht nur sondern gibt die software raus wie zum beispiel atos darf atos time control crewmeister und sie warten natürlich auch also aus der lizensierung wartungsgeschäft gibt es eine menge cash jeden die also täglich würde ich schon sagen monatlich beziehungsweise je nach vertragsgestaltung der jens noch ein paar zahlen daten fakten für euch bin gespannt ja ich kann jetzt mal berichten über andreas obereda wie es ihm so geht also ihm gehört genau die hälfte der firma was immer schön ist man hat einen anker aktionär die firma hat eine marktkapitalisierung von 1,5 milliarden also man kann sagen der andy ist quasi milliardär ich weiß nicht was noch so gehört vielleicht hat er noch eine eigene immobilie oder noch einen bausparvertrag aber es geht ihm gut ich kann euch lieb grüßen von ihm ein produkt das atos zum beispiel macht also ich war schon in vielen firmen in meinem leben unterwegs und das problem ist mit zeiterfassung ich komme zur firma rein habe einen chip oder eine karte und dann wird das irgendwo gespeichert in einer software und diese software hat meistens der bruder vom chef geschrieben oder der schwager die funktioniert mal besser mal schlechter ist meistens ziemlicher müll stürzt ab ständig irgendwelchen ärger damit wird auf einem server verwaltet der seit 1983 da arbeitet und zwei tage der woche stromausfall hat und da ist eben atos gerade im b2b bereich führend die machen eine software mit der man zeiterfassung auch steuern kann und gleichzeitkonten führen kann also man kann sagen im hr bereich ist das die deutsche software der wahl ja die firma ist kein schnäppchen also die firma ist sehr solide aufgestellt hat ihre kundschaft im b2b bereich da geht kein weg dran vorbei aber das kgv ist immer so um die 70 rum also auch in den nächsten jahren also 70er kgv ganz kurz erklärt heißt das geld das ich heute reinstecke wird sich erst in 70 jahren replizieren also wieder einspielen wir haben gerade eben von gac geredet da haben wir kgv von sieben also man investiert das kapital ist nach sieben jahren wieder verdient zwei komplett verschiedene firmen ich weiß aber also atos wer da geld investiert der setzt rein auf die kursentwicklung und die ist recht stabil gelaufen mir persönlich ist die aktie ein wenig zu teuer ganz klar also bei 70er kgv ich persönlich finden kgv bei einer software firma von 30 ganz angemessen haben wir zum beispiel bei einer sap und sap ist ja auch sehr schnell wachsend der atos hat so ein bisschen noch den start-up status aber dafür ist die firma schon zu lange im geschäft um start-up zu sein und wie groß die entwicklung sein wird hängt davon ab wie man nach außen geht mit der software das eben problem ist bei einer b2b software es gibt einen sehr eingeschränkten markt wenn man alle firmen in deutschland erfasst hat dann hat man es geschafft da ist eine b2c software zum beispiel von der compu group wo sämtliche patienten deutschlands theoretisch kunden werden können natürlich noch mal mehr sexy aber atos an sich ist keine keine geldverschwendung oder kein geld geschenk die aktie ist gut positioniert und wer sie hält soll sie halten wer vielleicht tiefer informationen hat als wir beide der hat da vielleicht noch inside informationen die er gerne posten kann also wir sind bei euch an ihr und kate wir sind beide keine hr insider um zu sagen die atos software das ist aber ein ding damit kann man spaß haben in der freizeit also insgesamt eine teure aktie die aber ein gutes produkt macht und gut vernetzt ist ich würde mir auf jeden fall die konkurrenz immer zuerst anschauen also erst ein chef die konkurrenz mit dem arbeiten die zusammen da gibt es ja die sap wie wir schon genannt haben adobe neme check compu group jens fällt dir noch eine ein das problem ist bei so einer sehr spezialisierten software ich meine das ist der vorteil das ist der burggraben spezialisiert ist ja nicht schlecht deswegen ich denke mal bei einem aktienkurs von über 500 prozent in fünf jahren haben viele aktionäre das gefühl ja bleibe ich da jetzt noch ein bisschen drin oder gehe ich da jetzt raus nämlich mit die dividende ist ja auch nicht schlecht ja liegt bei einem prozent ungefähr in der peer group ist ein prozent dividende sozusagen der goldstandard kann man sagen also eine sap kommt vielleicht auf 1,3 1,4 immer so aber dadurch hat der kurs hat auch wieder rausgeholt und da muss man sich jetzt entscheiden gehe ich das risiko ein weil aktuell sind viele kurse sehr hoch bewertet und ich würde mich trotzdem absichern mit dieser aktie oder ich würde auf den index gehen wo die drin ist so oder zumindest in der kleinen die richtung im depot halten halbes bis ein prozent depot wert das ist eine aktie die über die jahre hinweg steigen wird also wenn man viel zeit mitbringt zehn jahre plus dann kann man mit der aktie nichts falsch machen aber weder eine kurspakete noch ein dividenden noch ein kassenklingel also ich persönlich wie gesagt halte die aktie für relativ ambitioniert bewertet da bin ich nicht der einzige aber die bewertung ist ja durch die laufende entwicklung bedeckt mehr oder weniger und der chart gibt den investoren recht also die aktie hat sich vom chart ja gut bewährt und ich glaube sie ist auch ein ehemaliger liebling unserer börsen bekannten beate sander gewesen die atos aktien die hatte ziemlich viele lieblinge da habe ich immer gestaunt was die alles im depot drin hatte das war der wahnsinn das war der wahnsinn was sie alles kannte aber sie ist beate sander approved diese aktie hat damit den adelszettel den er keine mehr in den goldstandard ja ich habe jetzt die gewinnerverlosung vom materialist magazin hier ist das schöne magazinchen was demnächst rausgeht an den stefan kräuter ich bin gespannt und beeindruckt überhaupt dass ihr alle wussten was für ein auto die nicole fährt es ist wirklich ein audi tt ich hätte immer gedacht ja vielleicht bmw oder so aber es ist ein audi tt die farbe hat sie mir leider nicht verraten ich tippe aber auch auf weiß aber stefan alles gute herzlichen glückwunsch und apropos wenn ihr nicht gewonnen habt habe ich wieder was feines rausgesucht und zwar ein kleines buch das habe ich selbst schon gelesen das ist dirk kreuters buch was ich meinem 18 jährigen ich raten würde also primär eine lektüre für die jüngeren unter euch muss echt sagen ich habe mich schon etwas alt gefühlt in den ersten paar seiten da hat er ratschläge für teenager erteilt aber ich fand ganz cool dass da interviews drin sind unter anderem von dem florian hom oder ja also lasst euch überraschen manessa wenk ist noch dabei die kennen viele von euch nicht aber die werde ich euch hoffentlich demnächst mit dem jens mal persönlich vorstellen ist eine erfolgreiche immobilienmaklerin die es wirklich geschafft hat von 0 auf 100 durch zu starten also wie gesagt hinterlasst uns unter dem video ein hashtag gewinnspiel der kreuter buch und könnt uns gerne auch weitere aktien wünsche reinschreiben und wir stellen euch demnächst wieder eine spannende aktie vor die euch am herzen liegt in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen wir wünschen euch ein schönes wochenende erholt euch gut und bleibt gesund bis bald auf finanzdiva.de auf wiedersehen und einen schönen tag noch abonniere